Hallo liebe Silla, in diesem Video geht es um die Online-Spieler, die man ja durch den grünen Punkt hier immer gesehen hat. Das ist jetzt leider nicht so, wird aber im Hilfe-Chat oft thematisiert, wie auch heute wieder. Hier steht es, woran erkennt man jetzt, wer aus der Gilde on ist, nur durch Schreiben und Lesen im Chat. Ja, wenn ich jetzt also hier in meinen Gilden-Chat gehe, kann ich hier reinschreiben, wer ist online, oder wer ist hier, und ich werde Antworten bekommen. Heißt aber nicht, wenn ich keine bekomme, dass derjenige nicht dennoch online ist. Vielleicht spielt er gerade ein AD und schaut nicht direkt in den Chat. Wenn ich hier jetzt mit einem bestimmten aus meiner Gilde sprechen möchte, jetzt aber nicht weiß, ist der online, kann ich das trotzdem feststellen, indem ich einen Chatbefehl reinschreibe, nämlich den Find Grant und einfach den Namen dazu reinschreibe. In dem Fall schreibe ich jetzt einfach einmal, da gehe ich da her, weil ich jetzt dem weiß, dass der online ist. So, dann. Das ist wahrscheinlich, kann ich so heranspannen, den selben Namen. Und hier wird mir gesagt, er ist momentan im Raum Global 1, also das stimmt nicht, ja. Also auf das da unten, Raum, auf das brauchen wir nicht schauen, wo er ist, sondern ich weiß jetzt wenigstens, er ist online. Und somit kann ich ihm auch gleich anflüstern, muss ihm auch nicht hier herunten suchen, gibt es auch den Befehl, Schrägstrich W, und ich schreibe da nicht einfach den in die Kinein. Also nicht mehr mit dem Leer, vorhin hat man das ja mit Leerzeichen bestätigt, jetzt bestätigt man eigentlich mit der Enter-Taste. Das war vorher genau umgekehrt. Bestätigt das und kann hier jetzt, hier öffnet sich das Chatfeste und kann jetzt mit demjenigen chatten. Bei den Freunden geht es genauso. Wenn ich hier einen bestimmten Freund jetzt auswähre, ich stehe mir auch sehr viel daran, nehme ich jetzt irgendeine, so, Schrägstrich, Find, Friends, und gebe den Namen dazu. Nehme ich hier jetzt, wo, wo, mein kleines Schreibfehler, ups, bestätigt das, und der ist auch online. Alle Anleihen, online, jetzt brauche ich einmal einen, jetzt haben wir mal gleich den nächsten, den steigen, immer da. Und es ist egal, ob man das jetzt groß oder klein schreibt, das macht keinen Unterschied. Und dieser Benutzer ist nicht eingeloggt. Also jetzt weiß ich wenigstens, okay, mein Freund aus der Liste Wobabo ist online, und zu Sony ist nicht online. So kann ich das jetzt für mich momentan feststellen. Ist natürlich umständlicher, schön wäre wieder, wenn die grünen Punkte hier sind. Aber so wird es momentan. Danke vielmals und noch geduldiges Buzeln. Danke.